Aber geil. Titten. Titten! Pröste. Möpse. Möpse? Ich mag Möpse. Ich auch. Andreas magst du auch mal Möpse? Was mag ich? Möpse. Titten. Magst du keine Möpse? Ich höre gerade alle so scheißweiche. Alle halb. Ja? Magst du Möpse? Ja? Magst du Möpse? Was sind Möpse? Geht doch alle weg. Achtung. Produktionsstillstand. Brava Lumpi. 2 Stunden 50 Minuten. Alter, die Schnauze. Die wird schon nicht kommen. Die hat doch gar keine Zeit für. Die hat ihre Tage oder sowas. Kito kommt in 2 Stunden 50 Minuten und 3 Stunden. Kito kommt in 2 Stunden 50 Minuten. Ist eben von der Zentrale reingepackt. Oh, sind wir starten da für den Auftrag? 6 Bauzellen? Oh gut, schwer. So viel haben wir ja nicht mehr. Hier du. Hurra. Am Arsch. Guck mal wo die hin will ey. Die ist so bescheuert. Ja, schön. Mein Vorfahrer leistet. Leider geil. Ne. Leider geil ist das. Digitale Ad-Hadi T-Shirt. Doch. Ich kenne das digitale Ad-Hadi T-Shirt nicht. Ja, ähm. Was ist ein digitales Ad-Hadi T-Shirt? Oh Gott, lass es hier regnen. Bitteschön. Erklär es mir bitte nicht. Ich will ja wissen, was das digitale Ad-Hadi T-Shirt ist. Ich hab's doch grad gesagt, wie du gesagt hast. Leider geil. Ich hab doch gesagt, Leider geil ist das digitale Ad-Hadi T-Shirt. Was ist digitales Ad-Hadi T-Shirt? Ich kenne das wirklich. Oh Gott. Hallo, was ich doof bin. Mann, 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 die ärgern mich. Die mobben mich, häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt? Hast du die 6 Stunden Bauzellen? Was? Was hab ich? Dr. Onkel? Was? Hast du die 6 Stunden Bauzellen? Ich baue nochmal ein Bauhäuser. Ja, bitte. Ich baue Häuser. Ich baue die Häuser auf. Aber können wir das schaffen? Jo, wir schaffen. Herrlich. Komm, setz noch mal ein bisschen was drunter. Wieso? Wieso? Ja. Mach das Fenster auf. Warte? Ach, geht nicht. Geht nicht. Warum? Warum? Wieso? Wieso? Ey, Sauerstoffmangel wird doch ne bestimmten Zeit richtig gefährlich. Hahahaha. 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 Schnapp-Arm-Verses. Hahahaha. 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 Super, jetzt stirbt der. Jetzt sind wir dann noch zu zweit. Haben wir keine Chance gegen Keto. Oh mein Gott. Hahahaha. Alter, machen wir gar nicht mehr was auf sich. Wir könnten mal kurz lüften. Hahahaha. Hummel, hummel, Maus, Maus. Fruchtbarkeit. Werte steigen. Das hast du aber schön gemacht. Ich würde das gerne schöner machen, ich fordere keinen Baueinflussbereich mehr. Jetzt haben die hier, jetzt hat hier diese Hummerpopulation ein eigenes Spaßbad. Hahahaha. Eingekränztes. Hahahaha. Eigenes Spaßbad? Hahahaha. 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 Herr Tod. Ja. Mit T-H-O-T. Oh, Einfluss. Ähm, ähm, Keto, Ankunft von Keto in 2 Stunden, 29 und 30 Sekunden. Hahahaha. Hahahaha. Jo, kein Touchmaltraller, Ding Ding Dong. Hahahaha. Hahahaha. Es tut so weh. Ein wenig. Leider geil. Nee, gar nicht. Hahahaha. Die äta, die digitale Jacke. Ja, fast. Hahahaha. 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 Ich will das auch wissen, was ist das, eine digitale LHD Jacke? Hahahaha. 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 Ohne Witz. Google mal danach. Ich erklär vielleicht den anderen Fraktionen all den Krieg, ey. Hahahaha. Google, dann weiß es. Hahahaha. Oh mein. Schön. Hahahaha. 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 Ah, wenn dumm halt fahren könnte, du müsstest bergaufbremsen. Hahahaha. Ah, ha. Hahahaha. Was macht der jetzt vor sich hin? Was macht der mit seinem Mikro? Ich wills nicht wissen! Die Organisation dankt! Das ist so ne Frage, die ich hofflich nie beantworte Es gibt nur so Gedächtnislücken, auf die ich stolz bin Ein Döner Döner Was macht der? Hehehe Hehehe Was geht hier ab hier? Ja, ganz gut Aber ich glaub nicht, dass das da hinten läuft Was ist denn jetzt schon wieder? Nix! Wie nichts! Boah no! Wieder wohl! Boah Ihr sind nur verblöder Ed Hardy T-Shirts, man ist ja nichts Gibt sich Digitales Hehehe Ich bin gerade Hehehe 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 Hehehe